Alter Riesenbaum! Alter! Ja, aber... Lass da... Lass da... Lass da bleiben! Lass da bleiben! Ne, lass weiter gehen! Lass weiter gehen! Lass noch weiter! Lass da hinten ist vor! Ja, da hinten ist ein Dorf! Ja, da hinten ist ein Dorf! Aber da... Das ist halt doch noch zu... Mein Schwert ist kaputt! Er hat mir... Er hat mein Schwert geklaut! Ab ihn, da ist ein Schwert! Ich hab gar kein Schwert! Wollte ich nur sagen! Kommt, 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 Leute! Matzi, Matzi hier lang! Kommt! Da dann! Lass das hier bleiben! Hier sind hammer viele Schweine! Schweine... Ja, aber das ist doch... Das ist aber noch zu nahe! Das sind doch nur 300 Blöcke! Na gut! Das ist ein Haus! Richtig geiles Haus! Darf ich verhüpfen? Okay, gut! Wir bleiben doch hier! Ich glaub' das ist ein Gefängnis oder so! Leute, da ist wieder dieses richtig fette Teile, wo wir... Dann können wir das richtig geile Schwert machen! Ja, das ist sogar ein Gefängnis oder so! Ne, das ist ein Haus! Spenser-Furnace oben! Tür! Das ist geil! Macht Tür zu! Leute! Hier wird unser Hauptquartier erstmal! Was ist das denn? Das ist unser Hauptquartier auf sofort! Ja, okay! Ähm... Das ist das! Sollen wir einmal... Lass einmal Betten hier aufschlagen und uns alle da reinlegen! Ja! Wartet kurz! Was nur... Ich hab' ne Trenge aufgebaut! Ich geh' ganz kurz ins Dorf! Nein! Du kommst zurück! Heiß nicht sterb! Das wird... Können wir da oben irgendwie hin? Okay! Nein, warte! Nein, ich kann ja nicht aufnehmen! Ich hab' Wolle! Ich bau grad' Betten! Ich hab' Wolle! Ich bau' grad' Betten! Ich hab' mein Bett dabei! Das sind... Ich bau' mal eben den Stein da oben wieder hin! Du! Ich bin ein Stein da unten! Leute! Ich hab' mein Bett! Ja! Ford' doch einfach hier hin, warte! Äh... Äh... Ach, Justin! Äh... Äh... Die Blüssigkeit! Ericsson! Komm mal her! Ericsson! Ericsson! Ihr alle bitte reinlegen! Alle bitte reinlegen in sein Bett! Scheiße! Wir sind zu viele Monster! Ja, super! Achtung! Wer hat die Tür aufgemacht? Ich hab' kein... Kein Schwert! Ich kann nichts machen! Bring' runter! Oh, ich bin im Bett! Nee doch nicht! Ja, kann ich ja nicht! Ich hab' ja kein... Warte! Warte mal! Jetzt kann ich schlafen! Ja, ja! Ich liege! Ich auch! Ja! Alles klar! Wir warten! Legt euch rein! Legt euch rein! Boah, Alter! Der hat mich grad so dermaßen verjagt! Okay, da left einer das Game! Okay, ist das gut oder nicht? Nee, wir müssen noch einen haben, ne? Ja, es wird nur schlafen! Wir brauchen noch jemanden, der schlaft! Äh, der schlaft! Der schlaft! Der schlaft! Der schlaft, ja! Jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen, der schläft! Sleep, please! Hab' ich eigentlich schon mal erwähnt, dass wir im Hintergrund die KST-Beats hören! Ich glaub' nicht, ne? Oder? Alles klar, geht nicht! So lang doch, wenn wir uns einmal ins Bett gelegt haben, oder? Hey! Ja, ich... Hey! 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 Ich will jetzt schon sterben! Ich hab' sie einmal verdient! Okay, dann werd' ich mir mal eben ein Schwert machen! Ich hab' gern mal! Ruhig, Rüdiger! Ich geh' ganz kurz ins Dorf, ne? Ich geh' ganz kurz ins Dorf, ne? Ich geh' ganz kurz ins Dorf! Mach' du mit deinem Dorf da! Lass' doch mal... Justin? Warte mal, hier unten ist ein Spender! Eine Dispenser! Ich lieg' hier unten eine Kiste... Ich mach' mir... Ich mach' mir ein Diamantenschwert, so! Ja, ist eigentlich immer unmöglich! Ist mir egal! Aber für mich ist es besser! Ich hab' unten Kisten! Da leg' ich grad' den ganzen Stuff rein! Die ganzen... Ja, aber wir müssen... Wir müssen aber irgendwie... Irgendwie was vorpacken! Ja! Guck' mal, mein Eisenpfeich das auch rein! Ist' egal! Ja! Ich hab' euch noch zwei... Ich hab' euch noch zwei... Oh! Hier guck' euch mal an! Guck' euch mal an, was das alles ist hier! Ja! So, wir haben zumindest uns erstmal den Stuff! Ich geh' jetzt noch raus! Was ist das denn? Ich bin beim Dorf, hab' ich gesagt! Ähm... Ich hab' gerade eben ja noch dieses... Du weißt doch, dieses Tier, was dich getötet hat, dieses... ... fette Teil mit diesen Hörnern abbaus! Wo wir doch dieses eine geile Scheißfeld bekommen haben! So, das ist ein OP-Schwert machen können! Ja! Das hab' ich gerade eben hier noch rumlaufen sehen! Ja! Und das will ich gerne mit... ... töten! Mit dir zusammen! Ich folg' dir! Hier?! Du hast gerade eben noch gesehen! Du hast gerade eben noch gesehen! Das ist ein anderes Viech! Okay, dann werd' ich nur mit noch wandern! Ich hab's gerade eben noch hier rumlaufen! Ich hab' einen Spitzhack gemacht! Da ein kleines Teil! Ja, ja, ich weiß! Wir lassen uns das gar nicht... Oh, fuck! Mit dir? Mit mir? Wie? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Das sind so krasse Creeper, Alter! Ich glaub' die machen One-Hit! Ja, haben sie sogar nicht fast! Komm her, Eric! Hier liegt ein geiler Hut! Du musst aufsetzen! Damit wir zeigen, wie sind die Bosse! Guck mich an! Wir müssen zeigen, dass wir die Bosse sind, Digger! Wir müssen zeigen, dass sie Respekt vor uns haben müssen! Unterweltloser Outlaws! Oh, Alter! Wo seid ihr denn jetzt? Da vorne ist der Typ! Wir kommen gleich wieder! Chill! Ich hab' kein Schwert! Ich hab' kein Schwert mehr! Ich hab' kein Schwert mehr! Da vorne sind Zweifel! Ich hab' kein Schwert mehr! Ich hab' kein Schwert mehr! Ich hab' kein Schwert! Ich hab' kein... Da hast du noch ein zweites Schwert! Ich hab' kein zweites Schwert, nein! Ja, komm' jetzt mal zurück zur Base! Ja! Okay! Ihr leckt euch einfach voraus! Ja, ist so! Ja! Es leckt auch gerade! Ja! Übelst! Chalala! Das Eisen! Wer hat das ganze Eisen von uns? Also ich hab' kein Eisen! Wir haben noch ein Sack Eisen da drin! Wo ist das denn gebraten? Nee, da überhaupt kein Eisen! Hier, da! Ich hatte anderthalb Steaks! Ja, siehste! Ja! Und dann fragte ich dich gerade, warum hast du Eisen dabei! Ich hab' das doch da reingelegt! Halt' dir mal ein Steaks! So, ich bin hier Schwert nach oben? Nein! Hast du Steaks? Geht's ja, warte! Okay, ja gut! Warum auch nicht? Okay, komm' raus! Komm, lass uns rausgehen! Ich gönn' mir einmal kurz schnell Holz! Gönn' dir! Gönn' dir! Aber hier bleib' bei dir! Hast du irgendein großes Baum einziehen? Boah, es leckt schon wieder so übelst, Alter! Da ist so'n großes Ha... Äh, großes Ba... Äh, da ist so'n großes Baum, Alter! Mein Deutz ist ja... Hat jemand Holz für mich? Nein! Nein! Ja doch, hätte ich vielleicht! Wie viel brauchst du denn? Äh... Dass ich... Sticksappe 2 habe? Ich schmeiß dir was... 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 Was runter... Matz, sieh' mal den Hut auf! Er ist Fame! Aha! Oh! Na egal, ich nehm' ich mir! Nimm' ich mir! Also... Warte! Oh! Da unten liegt'n Helm! Da unten! Da unten! Hä? Da unten die Treppe runter! Achso! Warum sollen wir den aufsetzen? Was ist damit? Der Famous! Erzählterseh... Gucken die Leute uns an und sehen so... Mhm! Wir sind die Rebellen! Wir sind die Rebellen! Yeah! Warte, kommst du? Warte, kommst du! Warte mal, ich hab... Ich bin... Hup! Hab ich mich ja schon... Ja, aber dann war das nur so'n... Ne, das war'n... Skeletto! Skeletto? Ähm... Ich... Ich bin jetzt Level 30! Wollen wir nicht mal langsam anfangen zu verzaubern? Hahahaha! Habt ihr denn noch genug Diamanten? Ich hab' noch drei! Ja gut, das sagt ja... Blut, Alter, nee... Wollen wir uns dann nach oben bauen? Irgendwie? Auf dem Baum? Ja... Ich weiß ja nicht, ob das in der Mitte... Ob der in der Mitte überhaupt hohl ist, das... Ja, da... Da kann ich ja mal gucken, ich kann ja mal eine Schande in der Mitte... Ja... Was machst du? Du guckst ganz der Zeit nur nicht... Ja, ich guck... Ich guck in... Was man so bauen kann... Okay, ist es nicht hohl... Innen drin... Alles... Das ist gut... Okay, wir haben auf dem Fall noch genug Holz... Können wir's auf jeden Fall machen... Ja, guck mal... Ich hab' schon mal so'n... In der Mitte so'n Löchlein gebaut... Du kannst ja schon mal anfangen, dich nach oben zu bauen... Verstehst du? Weil wir dann noch mal ein paar Leute die Viecher töten gehen... Wenn das für dich in Ordnung ist... Äh... Wie... Wie nach oben schlagen... Also einfach so, äh... Als Wendeltreffer nach oben, aber was? Ja, er... Kannst du erstmal bauen... Wir bauen es ja eh letztendlich nachher wie eine coole Treffer auf... Aber du kannst ja erstmal... Du kannst ja erstmal hohl machen... Und dich damit gleich ja nach oben bauen... Und sicherheitshalber und noch so'n kleinen See reinmachen... Mit Wasser... Man falls mal unterfällig gleich stirbt... Verstehe ich mich das malen? Äh... Nö... Aber... Ist egal... Ich glaub die finden uns auch nicht... Die finden uns auch nicht finden... Ach... Die sind... Die schwätzen immer zu viel... Ja... Guck, dass ihr nicht so viel Stuff dabei habt... Falls ihr stirbt, das wär schade dann... Oh nein... Ich bin bereit... Justin, komm... Warte... Weil ich möchte die jetzt gerne noch tun, solange es dunkel ist... Reden willst du töten, solange es dunkel ist... Okay... Ah... Wir brauchen Obsidian und Goldblöcke... Dann haben wir alles was wir brauchen... Warte ganz kurz, ich tu nur alles... Obsidian kann man ja... Kann man... Dann muss man dann nochmal runter gehen... Okay... Kann ich hier noch? Okay... Hier kann ich noch... LOL...